Hey Leute, der Sturm geht weiter. Florian bekommt bei der Arbeit plötzlich Schmerzen in seiner rechten Hand. Dort hatte er sich bei der Rettung von Maya und Hannes eine Schürfwunde zugezogen. Auf Eriks Drängen hingeht Florian zu Michael. Aber dieser kann ihn beruhigen und gibt ihm eine entzündungshemmende Salbe mit. Doch am nächsten Morgen kann Florian seine Hand nicht mehr spüren. Um mit dem Fürstenhof auf die internationale Liste der 500 besten Hotels zu kommen, fordert Robert die Mitarbeiter auf, eigene Ideen zur Verbesserung anzubringen.